Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration und ich war gerade draußen, habe gerade meine Bewegung absolviert. Dazu gehörte heute auch Müllentsorgen und Papierentsorgen. Das hat er sich wieder eingesammelt. Und dann habe ich auf dem Rückweg noch einen Einkauf mitgebracht. Den zeige ich jetzt. Ja, das ist der Einkauf des Tages heute. Also ein Brokkoli habe ich gekauft. Einmal Bananen, einen Stauden Sellerie, zweimal Datteln, einmal Möhren, Kartoffeln, Tomatensauce und rote Bohnen. Und einmal Tomaten am Stück. Ja, das war der Einkauf von heute.